Es ist ein Zeichen der Hoffnung für die Veranstaltungsbranche. Im spanischen Barcelona konnten rund 5000 Menschen bei einem Konzert so richtig feiern. Und das vermutlich auch ohne Corona-Ansteckungen. Ende März bereits fand das Konzert in einer Arena, die eigentlich für 24.000 Gäste ausgelegt ist, statt. Alle Besucher brauchten einen negativen Corona-Test und sie mussten FFP2-Masken tragen. Kontaktbeschränkungen gab es aber keine. In den Wochen danach wurden von den rund 5000 Besuchern nur sechs positiv getestet. Und laut Ärzten fanden die Infektionen wahrscheinlich auch nicht während des Konzertes statt. Weitere Konzerttests sollen nun folgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017